Wir bauen mit Artikeln kompletter Unterrichtseinheiten für Lehrkräfte, mit denen Sie zukunftsrelevante Aspekte von Medienkompetenz sehr erlebnisorientiert an Ihre SchülerInnen vermitteln können, ohne selber besonders große Ahnung von dem Thema vielleicht zu haben. Und wir machen den Einstieg so leicht wie möglich, indem wir alles aufbereiten. Es gibt zu jeder Einheit einen Stundenablaufplan, eine PowerPoint-Präsentation, Speaker Notes, Hintergrundinformationen und dann immer eine digitale Kernkomponente, in denen eben KI und Ihre Gefahren, aber auch Potenziale eben erlebbar werden. Vielen Dank.